Professor Stefan Fröhlich ist bei mir von der Universität Erlangen-Nürnberg. Schön, dass Sie da sind. Herr Fröhlich, inwiefern bedrohen denn deutsche Autos die nationale Sicherheit der USA? Na ja, Gott, wir wissen, dass das genauso absurd ist wie die Frage der Mauer, die eine, das illegale Einwanderer sozusagen die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohen. Und das gilt für viele andere Dinge auch. Das, was Trump tut, ich meine, dahinter steckt Methode, das wissen wir ja längst. Die Drohung steht ja schon seit Längerem im Raum. Die Begründung ist gleichermaßen, also juristisch wie auch ökonomisch eigentlich, wie die meisten einhälig sagen, nicht haltbar und nicht tragbar. Aber wir wissen, was dahinter steckt. Trump hat nur ein Ziel und das ist im Grunde genommen seine Wählerschaft, seine Klientel zu bedienen. Und das versucht er damit gewissermaßen. Ich sichere Arbeitsplätze damit in den Vereinigten Staaten, dass dieser Schuss mittel- und langfristig nach hinten losgehen würde, ist völlig klar. Und das ja auch ökonomisch wenig Sinn macht bei dem großen Anteil, den wir ohnehin schon an Produktion haben in den Vereinigten Staaten. Trifft es die heimische Wirtschaft gleichermaßen, das gilt für die Zölle in anderen Bereichen auch. Was Trump einfach macht und was er versucht ist, Druck aufzubauen, um natürlich, das ist legitim, in anderen Bereichen vielleicht seine Ziele zu erreichen. Das gilt für Agrarexporte, andere Dinge, wo er den Europäern natürlich schon seit langem signalisiert, wir sollten uns öffnen. Und die Europäer werden in der Tat gut beraten, natürlich auch immer wieder auf Trump zuzugehen und Angebote zu machen. Sonst kommen wir aus dieser Druck- und Drohkulisse bei ihm nicht raus. Was genau will er im Bereich der Agrarwirtschaft? Ja gut, ich meine, er will einfach eine größere Öffnung für die amerikanischen Produkte haben. Das ist ja auch legitim und in der Tat zählt der Agrarmarkt zu einem der abgeschottetsten nach wie vor bis zu einem gewissen Grad durch andere Methoden. Wir haben also, wir arbeiten mehr mit Anti-Dumping und Subventionen als mit Zöllen. Aber insofern, der Agrarsektor gehört, absurderweise ist das in den Vereinigten Staaten genau das Gleiche, denn der Agrarsektor ist der umstrittenste Sektor bei der sogenannten Doha-Runde, der Welthandelsrunde, wo wir seit Jahren, seit über zehn Jahren verhandeln, auch mit den Entwicklungsländern und Schwellenländern darüber, dass wir unsere Agrarmärkte im Grunde genommen weiter öffnen. Dazu zählen die Amerikaner gleichermaßen wie die Europäer. Insofern ist das eigentlich ein Stück weit paradox. In beiden Fällen handelt es sich im Grunde genommen um in starkem Maße auch nach wie vor noch gegenüber dieser Welt abgeschottete Märkte und deswegen ist es umso paradoxer. Aber das ist legitim, das anzusprechen und es ist eigentlich gut für beide Seiten gut und es wäre auch gut für die Welthandelsrunde, wenn die Europäer und die Amerikaner gerade im Agrarbereich wirklich dazu kämen, ihre Märkte stärker zu erfüllen. Aber wenn es Trump um den europäischen Agrarmarkt geht, warum gerade dann Zölle, eventuell Sonderzölle, es ist ja noch nicht entschieden auf deutsche Autos, warum nicht auf andere europäische Länder? Ja, ich meine, bei Trump zählt nur die Methode sozusagen der sogenannten Jungtims und der Linkages, wie man das im Amerikanischen so schön sagt, er verbindet alles. Also nichts ist im Grunde genommen isoliert zu betrachten bei Trump. Wir sehen das ja auch bei einem anderen Thema wie die Verteidigungsausgaben. Auch das wird ja immer wieder gekoppelt an die Frage der Handel. Bewegst du dich da, bewege ich mich da? Trump verbindet alles. Ob das zusammenhängt, ob das logisch ist, ob es Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Er baut systematisch eine Drohkulisse gegenüber den Verbündeten, tragischerweise den eigenen Verbündeten wie auch dem Rest der Welt auf, um damit eben am Ende des Tages insbesondere seine Wählerschaft, seine Klientel zu bedienen und seine Wahlkampfversprechen in irgendeiner Form durchzubringen. Und dabei hat das wirklich Methode auch in Kauf zu nehmen, dass er immer wieder partiell auch Niederlagen einstecken muss. Er rudert ja bei all diesen Dingen auch immer wieder danach zurück. Es kommen Vorstöße und dann rudert er zurück. Nicht nur, weil die eigene Partei oder weil der Kongress ihn dann in irgendeiner Form vielleicht zurückpfeift oder zurückwinkt, sondern weil er eben sieht, dass diese Dinge schwer durchzusetzen sind. Und eventuell auch Auswirkungen auf die eigene US-amerikanische Wirtschaft haben kann. Und auf die eigene Wirtschaft natürlich Auswirkungen hat. Herr Fröhlich, welche Auswirkungen hätten denn diese Sonderzölle, sollten sie denn kommen auf die deutsche Autoindustrie? Ja, also ich meine, wir hören ja sehr unterschiedliches aus der Automobilbranche, völlig klar, zu Recht, da ist man beunruhigt. Andere Ökonomen sagen, sehen das etwas gelassener. Wir wissen nie, wie sich solche Zölle auf das Verhalten, Konsumverhalten natürlich von den Verbrauchern auswirkt. Das ist ja auch etwas, was Trump grundsätzlich nie im Kalkül hat. Er weiß nicht, ob er mit diesen Zöllen, sagen wir mal, die Amerikaner, die eigene Bevölkerung abhalten wird, davon trotz allem teure Mercedes, BMW oder was auch immer zu kaufen. In dem Bereich, in dem mittleren Segment, im unteren Segment, da produzieren wir in Mexiko, wo es allein dadurch, dass er sozusagen ein neues Freihandelsabkommen auch geschaffen hat mit Mexiko, wird es dazu kommen, dass also ungehindert im Grunde genommen die Produktion aus Mexiko in die Vereinigten Staaten geliefert werden können, ohne irgendwelche Hindernisse, ohne Zölle etc. Im mittleren Bereich produzieren wir ohnehin schon, produzieren unsere großen Marken mehr in den USA als hierzulande. Das alles hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf die Zulieferbetriebe und es hat Auswirkungen auf den amerikanischen Markt und auf die Industrien dort. Und insofern ist das etwas, was am Ende des Tages einfach nicht ausgehen kann, was nicht aufgehen kann, was nicht bedeutet, dass es nicht unmittelbare Auswirkungen natürlich erstmal auf die Zahlen vielleicht haben wird. Das können wir. Es gibt Prognosen darüber, aber ich glaube, es ist viel Spekulation, am Ende zu kalkulieren, wie verhalten wir, welche Einbrüche sind zu erwarten. Denn das können wir, glaube ich, nicht hundertprozentig abschätzen. Herr, stehende Ovationen für die Kanzlerin. Professor Fröhlich, was machen Sie aus der Rede? Empfiehlt sich Angela Merkel auf den letzten Metern ihrer Amtszeit nochmal als Regierungschefin der freien Welt? Naja, also das hatten wir ja vor zwei Jahren zur Wahl oder während des Wahlkampfes auch schon mal oder als Feststand, dass Trump eben Präsident wurde, wurde ja Angela Merkel auch schon mal hoffnungsvoll in der New York Times als die sozusagen große Hoffnungsträgerin für die liberale Ordnung für den Westen dargestellt. Sie hat das ja damals, und ich denke, sie würde das jetzt genauso tun, sehr schnell von sich gewiesen, dass Deutschland alleine, und das hat man ja in anderen Passagen wiederum auch gehört, wir sind zu klein, um das allein zu richten. Aber innerhalb von Europa können wir das tatsächlich tun und können wir vieles bewegen. Und das ist ja nun auch ein Plädoyer und ein Signal von ihr gewesen. Insofern, es ist in der Tat eine sehr kraftvolle Rede von ihr gewesen, auch sehr temperamentvoll, so wie wir sie eigentlich nicht kennen. Und die Kernaussagen, die kann man eigentlich nur unterstreichen, bis vielleicht auf ein, zwei wenige Abstriche, die ich machen würde bei dieser Rede. Aber insgesamt, denke ich, war es ein klares und deutliches Signal, nicht nur Richtung USA, sondern überhaupt in diese Welt, in das Konzert der Autokraten oder Semi-Autokraten hinein. So lösen wir die Probleme nicht. Was sind denn die Abstriche, die Sie machen würden? Die Abstriche, die ich machen würde, sind wir, ich meine, sie hat ja auch gleichermaßen gesagt, richtigerweise, das können wir nur, indem Europa zusammensteht. Und die deutsche Außenpolitik muss sich eben fragen, und auch die Bundesregierung, ob sie das eben so konsequent immer einlöst. Ich würde jetzt sagen, wiederum dann mit Blick auf Russland. Ich meine, sie hat klar und deutlich gemacht, also wir müssen auf Russland zugehen, wir müssen auf Trump zugehen. Das ist klar. Aber so eine Art sozusagen, das kann keine Art Äquidistanzpolitik sein. Also so wie wir mit den Amerikanern, so eben auch gegenüber Russland. Wir müssen, das wird ja auch zum Teil getan, die Herausforderungen, die durch Russland bestehen, klar benennen. Dazu gehört eben auch Nord Stream 2. Und müssen eben sehen, wo wir mit unserer Politik dazu beitragen, dass eben genau das Kernziel oder ihr Mantra, nämlich die europäische Einigung, wiederum gefährdet wird durch mögliche Alleingänge der Bundesrepublik. Das ist gefährlich. Und wir müssen konsequent unsere Beiträge liefern und leisten. Das heißt, Sie sehen das durchaus kritisch, wie Deutschland sich in der Frage Nord Stream 2 positioniert. Merkel hat ja ganz klar, da gab es Kritik aus Frankreich auch, nicht nur aus den USA, aber Angela Merkel hat auch am Wochenende noch mal betont, Russland bleibt unser Partner. Da hat sie sich schon distanziert. Der Partner soll er bleiben, soll Russland bleiben. Und es ist wichtig, dass wir auf Russland zugehen. Es gibt keine Alternative in dieser Welt, so wie wir auch an Trump zugehen müssen. Aber wenn man bisweilen das Gefühl hat, man kann leichter auf Russland zugehen und es einbinden als auf die Amerikaner, wo man sogar das Gefühl hat, man findet keinen Hebel, dann ist das sehr gefährlich. Das heißt, also konsequent zwar dagegen angehen, was Trump tut, aber nicht vergessen, was wir eben auch gehört haben, es gibt noch ein anderes Amerika, es gibt es im Kongress, es gibt es auch in der republikanischen Partei. Und gegenüber diesen müssen wir konsequent die Signale aussenden, dass wir natürlich an dieser Kooperation, dass sie unerlässlich ist, dass sie unersetzbar ist und dass Russland oder China keine Alternative dazu sind. Wo stehen wir denn mit dem Multilateralismus, den Angela Merkel da sehr beworben hat in ihrer Rede heute? Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, der Multilateralismus, ich meine, wir wissen, die Organisation, die sie auch in dieser Rede eben einmal mehr erwähnt hat, die Bekannten aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, von der WTO angefangen, über den IWF, die Vereinten Nationen und die NATO etc. Sie alle, und das ist wichtig, wer A sagt, muss auch B sind reformbedürftig, in hohem Maße. Und das ist etwas, da kennen wir, da haben wir die Lippenbekenntnisse von allen Seiten, auch von der Bundesrepublik. Aber wir müssen diesbezüglich etwas tun. Sonst wird dieser Multilateralismus ein eher sozusagen eine plurilaterale Veranstaltung von verschiedenen Nationen, so wie Heiko Maas, unser Bundesaußenminister, die es ja auch gesagt hat, also alle die ins Boot holen, die sozusagen so denken wie wir. Ob das innerhalb dieser Organisationen geschieht oder außerhalb, das bleibt dabei fast so ein bisschen außen vor. Also wenn wir den im ursprünglichen Sinne, nämlich über die Institutionen, den Multilateralismus stärken müssen, brauchen wir auch Reformschritte. Und zwar konsequenter auch von Seiten des Westens, in der Tat. Das ist durchaus richtig. Vielen Dank. Schönes Schlusswort, Herr Professor Fröhlich. Danke.